Moin und herzlich willkommen und heutiges Thema, Google Vlogger. Die KI oder die neueste AI-Wunderwaffe aus dem Hause Google, die es erlaubt mit einem einzigen Foto lebendige Fotos zu generieren. Lasst uns das Ganze einmal in der Praxis anschauen, wie es denn wirklich funktioniert. Also Vlogger, dies ist eine Methode zur Text- und Audio-gesteuerten Generierung von sprechenden menschlichen Videos aus einem einzigen Eingabebild einer Person, die auf dem Erfolg der jüngsten generativen Diffusionsmodelle aufgebaut ist. Diese besteht zuerst aus einem stochastischen Mensch-zu-3D-Bewegungsdiffusionsmodell, einer neuartigen diffusionsbasierten Architektur, die Text-zu-Bild-Modelle mit zeitlichen und räumlichen Kontrollen ergänzt. Dies ermöglicht eine Generierung von hochwertigen Videos mit variabler Länge, die leicht durch Darstellung von menschlichen Gesichtern und Körpern kontrolliert werden können, die Methode erfordert kein Training für jede einzelne Person, ist nicht abhängig von Gesichtserkennung, generiert das gesamte Bild und berücksichtigt eine Vielzahl von Szenarien, zum Beispiel sichtbarer Oberkörper. Die Datensätze, diese übertreffen alle bisherigen State-of-the-Art-Methoden in Bezug auf Bildqualität, Identitätserhalt und zeitlicher Konsistenz. Der Datensatz Mentor ist um eine großen Ordnung größer als frühere Datensätze, 2.200 Stunden und 800.000 Identitäten sowie ein Test-Set von 120 Stunden und 4.000 Identitäten. Das Ziel. Hier seht ihr auch einmal ein Beispiel, links das Input-Image, rechts das generierte Video. Das Ziel ist es, ein fotorealistisches Video variabler Länge zu erzeugen, das eine sprechende Person mit Kopf und Gesten zeigt. Das erste Netzwerk modelliert eine 1 zu viele Abbildung von Sprache auf Video. Hierfür verwendet es eine Audio-Wellenform als Eingabe, um zwischengestaltete Körperbewegungssteuerungen zu erzeugen, die für Blicke, Gesichtsausdrücke und Posen über die Ziel-Video-Länge verantwortlich sind. Das zweite Netzwerk, auch hier seht ihr wieder Beispiele, es handelt sich hierbei um ein zeitliches Bild zu Bild, Übersetzungsmodell, das große Diffusionsmodell erweitert und aus den vorhergesagten Körpersteuerungen die entsprechenden Frames erzeugt. Um den Prozess auf eine bestimmte Identität zu konditionieren, verwendet das Netzwerk auch ein Referenzbild einer Person. Was macht es? Dies erzeugt eine vielfältige Verteilung von Videos des Originalmotivs mit einem hohen Grad an Bewegung und Realismus. Zum Beispiel seht ihr, der rechte Teil zeigt die Pixel-Vielfalt, die aus 80 generierten Videos gewonnen wurde. Die Person bewegt ihren Kopf und Körper erheblich, während der Hintergrund unbeweglich bleiben. Der Ausdruck. Es verändert den Gesichtsausdruck der Person, zum Beispiel durch Schließen des Mundes oder der Augen. Hier seht ihr auch einmal ein Beispiel, beispielsweise geschlossener Mund. Und links seht ihr das eigentliche, sage ich mal, Input-Video. Wir schauen uns auch noch mal etwas anderes dazu an. Hier seht ihr auch noch einmal etwas anderes zum Ausdruck. Hier seht ihr beispielsweise Augen geschlossen oder nur ein Auge geschlossen. In der Praxis nutzt das Modell die Flexibilität des Diffusionsmodells, indem wir die Teile oder in dem Google die Teile des Bildes, die verändert werden sollen, übermalen, so dass die Videobearbeitung mit den unveränderten Originalpixeln übereinstimmt. Die Übersetzung. Auch in diesem Fall nimmt Vlogger ein bestehendes Video in einer bestimmten Sprache und bearbeitet die Lippen- und Gesichtsbereiche so, dass sie mit neuen Audios, zum Beispiel in Spanisch, übereinstimmen. Seht ihr hier auch, beispielsweise ist die Ausgangslage Englisch und dies wird dann übersetzt in Spanisch. Und die Person erklärt das Ganze, bewegt dazu die Lippen und es hat wirklich den Anschein, als ob diese Person auch diese Sprache in diesem Video dann spricht. Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Das Forschungsprojekt von Andre Corona und seinen Kollegen bei Google Research ist noch nicht als Anwendung von Google verfügbar. Das heißt, es befindet sich noch in der Testphase. Es gibt auch einige Limitierungen, also Einschränkungen. Die generierten Videos sind relativ kurz, haben statische Hintergründe, was wir eben auch gesehen haben, und die Personen bewegen sich nicht in einer 3D-Umgebung. Dies war es von mir. Danke für deine Zeit. Wir hoffen, dass Vlogger bald auch kommt für uns, die Allgemeinheit, damit wir das Ganze testen können. Und ich denke, es gibt viele Anwendungsfälle. Natürlich gibt es leider aber auch viele Dinge, wo man sich vor Missbrauch dann beispielsweise schützen müsste, da auch hier nur ein einziges Bild dann beispielsweise ausreicht, was man mittlerweile überall findet, um dann beispielsweise eine Darstellung zu erstellen, jemanden sich bewegen zu lassen oder auch beispielsweise einen Text sagen zu lassen. Wie gesagt, danke für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.